willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar heute nur ein kurzes informatives video denn wir haben die 1000 abonnenten markt wir haben jetzt 1681 an der zahl es geht leider wieder ein bisschen bergab da viele meinen kanal abonniert haben die sich videos angeschaut haben die sich um autos drehen und vielleicht gedacht haben dass es ein spezieller kanal ist der sich nur um autos handelt dem ist auf jeden fall nicht so ich mache hier auf dem kanal auf das was ich bock habe heute sind es uhren morgens ins auto oder ich stelle klamotten vor auf jeden fall danke an die abonnenten die mich hier abonniert haben grüße gehen auf jeden fall raus in diesem sinne bleibt das video teilt den kanal und folgt mir auf instagram so